Servus, was geht? Ich bin's wieder, euer Infrared Gaming mit einem neuen Video am Start wegen der Infrared League. Ihr seht ja hier eine Bildschirmaufnahme. Wir haben hier die Regelung Anzahl der Begegnungen. Wir haben ein Hin- und Rückrunde für Sieg drei Punkte, Unentschiede ein Punkt und natürlich null Punkte, wenn man verliert. So, das sind die Mitglieder. Ich, Leon, Maurice, Max, Nico, Pascal, Berschen, Hannes, Kevin, Ed Sheeran, Finn und Marvin. So, das ist die Tabelle. Wir haben schon das erste Spiel gespielt. Auf Twitch ist das schon rausgekommen. Bei Max auf dem Kanal, McRonnie. Grüße gehen raus. Und ja, wie gesagt, das erste Spiel wurde schon gespielt. Also, das ist die Tabelle. Noch nichts passiert außer das eine Spiel. Das ist nämlich gleich passiert. Und wir haben hier auch unseren Spielplan für den ersten Spieltag. Pascal, Max, 1-4 ausgegangen. Ich bin gegen Kevin um 16 Uhr morgen. Nicht verpassen, live auf YouTube. Ihr wisst Bescheid. Zwei Stunden ungefähr, aber geht der Stream. Also, da wird Infrared League gespielt und ein bisschen Ultimate in den Dattel. Maurice, Ed Sheeran, dann Hannes, Leon, dann Berschen, Marvin und Finn, Nico. Das sind die Partien. Und auf jeden Fall bei den Leuten vorbeischauen auf YouTube, auf Twitch. Das Problem ist, ich habe jetzt noch keine Streamer-Liste. Aber ich weiß ganz genau, Pascal würde streamen. Aber Max hat es, glaube ich, übernommen. Max streamt ja auch. Ich streame, Maurice streamt, Leon streamt, Marvin streamt, denke ich auch. Weiß es nicht. Guckt mal. Auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall noch sagen, das muss halt alles noch geklärt werden, wer alles streamt. Dann wird es auch im nächsten Spieltag in die Beschreibung gemacht. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und auf jeden Fall eine super Saison. Und ja, viel Spaß alle bei der Infrared League. Bis dann, haut rein, euer Infrared Gaming. Ciao.